In diesem Video will ich euch mal die Breitkopflektion erklären. Die Breitkopflektion beschreibt jetzt, wenn wir ein Kristall, jetzt mal hier im Bauch kennzeichnet, mit Strahlung, typischerweise Röntgenstrahlung bestrahlen, dann beschreibt jetzt die Breitkopflektion, bei welchen Einfallswinkeln der Strahlung jetzt am Detektor konstruktiv-interent entsteht. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt den Kristall bestrahlen, dann geht ein Großteil der Strahlung einfach ganz durch den Kristall durch und dann andere Teile der Strahlung, die reflektieren jetzt an der zweiten Ebene des Kristalls und andere Teile der Strahlung, die reflektieren jetzt an der obersten Ebene des Kristalls. Und jetzt wollen wir quasi hier nur die zwei Strahlen betrachten, die einmal an der obersten und an der zweiten Kristallebene reflektiert werden. Und jetzt ist es erstmal so, ganz normale Reflexionsregeln, es gilt Einfallswinkel Alpha ist gleich Ausfallswinkel Beta und jetzt noch viel wichtiger als Winkel ist jetzt dieser Winkel Theta und zwar können wir jetzt geometrisch sagen, dass dieser Winkel Theta zwischen Strahl und Kristallebene, dass dieser Winkel sowohl hier auftrifft, als auch hier in diesem kleinen Gebilde auftrifft. Und jetzt mal hier erklärt, wir sehen ja jetzt, wir stellen uns einmal diesen Strahl samt Reflexion vor, und diesen Strahl samt Reflexion vor, dann sehen wir, der Strahl ist länger und jetzt können wir geometrisch sehen, dieser ganze Strahl ist um zwei mal diesen und diesem Abschnitt länger, weil wir können einfach jetzt hier den rechten Winkel eintragen, habe ich jetzt hier gemacht, rechter Winkel, rechter Winkel und dann sehen wir diese kleine Strecke x, die hier ist und hier ist, also quasi zweimal das, also 2x, das ist die Strecke, um die jetzt dieser Strahl länger ist als dieser Strahl und dann können wir jetzt mit den Größenangaben noch, dass der Abstand zwischen den beiden Gitter-Ebenen, der soll jetzt mal klein d sein, können wir jetzt sagen, dass Sinus Theta x durch d ist, also Sinus Theta gegen Kathete x durch Hypotenuse d, Sinus Theta gleich x durch d, umgestellt nach x ist jetzt x gleich Sinus Theta mal d und jetzt zurück zu den Strahlen, wir haben ja zwei Röntgenstrahlen und wir wissen, diese Röntgenstrahlen können wir auch als Wellen beschreiben und jetzt, wenn wir zwei Wellen haben mit einem Längenunterschied, dann sprechen wir von einem Gangunterschied. Das heißt, diese 2x, die Strecke 2x, das ist quasi jetzt unser Gangunterschied zwischen diesen beiden Wellen. Und jetzt, Gangunterschied 2x, jetzt können wir die Formel nehmen, x mit x gleich Sinus Theta mal d, also ist unser Gangunterschied 2x gleich zweimal Sinus Theta mal d und jetzt komme ich auf die Interferenz zu sprechen und zwar müssen wir wissen, konstruktive Interferenz tritt ja auf, wenn wir zwei Wellen haben, die einen Gangunterschied von einem Vielfaches von Lambda, also n mal Lambda haben. Ich kann es kurz mal jetzt ganz kurz wiederholen. Wenn wir einen Gangunterschied von n mal Lambda haben, haben wir zwei Wellen. Eine Welle ist so und die andere Welle ist so oder hier, ich kann es auch weiter machen. Das wäre jetzt zwei Wellen mit Gangunterschied von einem Vielfaches von Lambda, was dazu führt, dass jetzt Wellenberg und Wellenberg sich aufaddieren, Wellental und Wellental sich aufaddieren. Also falls ihr mehr oder nicht wisst, warum genau, dann am besten für ein Video zur Interferenz angucken. Das sind eben die Regeln der Interferenz, das wäre jetzt speziell konstruktive Interferenz. Das heißt, konstruktive Interferenz ist, wenn jetzt unser Gangunterschied 2x gleich das, also wenn unser Gangunterschied von 2 Sinus Theta mal d, wenn der n mal Lambda, also ein Vielfaches von Lambda ist, dann haben wir konstruktive Interferenz. Das ist auch erstmal das Wichtigste hier bei uns. Gleichzeitig gilt auch noch, es ist nicht so wichtig, dass wir destruktive Interferenz haben, wenn jetzt 2 Sinus Theta mal d jetzt n mal Lambda halbe ist. Dann haben wir eben eine Auslöschung von Wellenberg und Wellental. Und das Ganze können wir jetzt im Drehkristallversuch darstellen. Jetzt Drehkristallversuch, da haben wir einen Kristall, wo wir jetzt die Winkel variieren können. Und da kann man jetzt Folgendes sehen, jetzt auf der x-Achse unser Einfallswinkel Alpha, also unser Winkel, mit dem quasi das Licht auf den Kristall trifft, das auf der x-Achse, jetzt die Intensität auf der y-Achse. Und wir sehen jetzt folgenden Zusammenhang. Wir sehen jetzt, dass wir verschiedene Maxime haben in dieser Anordnung. Das heißt, bei bestimmten Winkel Alpha, jetzt einmal bei diesem Winkel, bei diesem Winkel, bei diesem Winkel, da haben wir Intensitätsmaxima, da haben wir eben Konstruktive Interferenz auf dem Detektor. Und das sind jetzt unsere sogenannten Breakwinkel oder auch Glanzwinkel. Da haben wir Konstruktive Interferenz. Und dann können wir uns vorstellen, dass eben bei diesen Winkeln wir Strahlenparler haben, die jetzt auf dem Detektor Konstruktive Interferenz machen. Das heißt, an dem Detektor kommen jetzt gleichzeitig Wellenberg und Wellenberg, Wellental und Wellental an. Das heißt, hier Intensitätsmaxima. Und jetzt nochmal ein anderes kleines Detail. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt drei Maxima und dazwischen haben wir quasi kaum Intensität. Das heißt, dazwischen haben wir quasi nur Minima. Und das liegt daran, dass wir quasi bei allen anderen Winkeln, außer diesen Glanzwinkeln, bei allen anderen Winkeln haben wir quasi immer irgendwelche Strahlenpaare, die jetzt hier auf irgendwelche Atome des Kristalls auftreffen, die sich dann am Detektor hier auslöschen. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Varianten von Destruktive Interferenz, dass wir dann auslöschen haben. Deswegen fast überall annähernd Destruktive Interferenz. Nur bei den Glanzwinkeln hier Konstruktive Interferenz. Das ist noch ein kleines Detail dazu. Und das war es dann damit zu diesem Video.